Heute schauen wir uns zusammen die Cobra an und worauf ihr dabei achten solltet, zeigen wir euch jetzt. Wenn du in die Haltung gehst, schau, dass die Hände auf Brusthöhe sind, die Ellbogen sind eng am Körper und so heb dich langsam nach oben, komm hier rauf, der Nacken ist nicht überstreckt, sondern in Verlängerung der Wirbelsäule und dann bring Gewicht wirklich auf die Matte, die Füße bleiben am Boden und so kannst du vielleicht noch ein kleines bisschen höher heben.